Mir rennt eine kleine Träne der Rührung über die Wangen, dass ich das noch erleben darf. Auf vielfachen Wunsch hin von der Pipelive Community hat sich Pipelive jetzt dazu durchgerungen etwas zu ermöglichen, nämlich das Teilen der Dashboards. Nicht mehr wie bisher, nämlich über diesen öffentlichen Link. Also wenn das bisher funktioniert, man hat daher einen Link sicherstellen können. Diesen Link hat man teilen können mit zum Beispiel Geschäftspartnern oder Investoren oder manchmal auch Kunden. Und derjenige, der den Link aufgemacht hat, hat das Dashboard hier gesehen. Der Nachteil daran, du hast nur die Oberflächeninformationen gesehen, du hast nicht hineinklicken können. Aber jetzt hat Pipelive einen neuen Button dazu gebaut, nämlich diesen Teilen-Button. Wenn ich da drauf klicke, kann ich mir da hier meine Teamkollegen aussuchen, zum Beispiel einen TestyTester. Klick auf Speichern und jetzt hole ich mir das Fenster vom TestyTester und schon habe ich da hier nach einem Refresh. Genau dieses Sales-Wochen-Meeting. Genau diesen Bericht da erinnern. Sehr praktisch. Ich sehe da oben, ich habe nur die Ansicht, ich kann es nicht bearbeiten. Ist auch gut, weil wenn da alle drinnen herumfuschen, ist das natürlich blöd. Und da kann ich jetzt reinklicken und mir anschauen, woher kommen genau diese wiederkehrenden Umsätze. Ziemlich cool, oder? Ich bin sehr froh, dass der Pipelive das endlich gemacht hat. Das hat sich wirklich viele Leute gewünscht. Daher kann ich übrigens auch noch einmal die Kollegen runterbrechen oder die ganzen Auswertungen halt machen, die mich interessieren. Neuketten wie diese und vieles mehr finden Sie auch auf pd-experts.com.